Ich würde jetzt ganz gerne nicht gleich in die entsprechenden juristischen oder medizinischen Details gehen, meine Damen und Herren, ich würde jetzt gerne ganz woanders anfangen, nämlich bei Ole Sander. Herr Sander, wir haben Sie ja nur so kurz in dem Film gesehen und ich konnte mich sehr gut in die Situation hineinversetzen, in der Sie sich befunden haben. Meine eigene Mutter ist auch über viele Jahre gemänt gewesen, hatte am Schluss nur Phasen, wo sie 1, 2, 3, 4, 5 Minuten vielleicht mal klar gewesen ist, ganz am Schluss dann überhaupt nicht mehr. Und irgendwann fragte sie mich dann mal, als ich sie besucht habe, ich habe sie nun auch nicht häufig gesehen, da hielt sie meine Hand und sagte, Junge, ich möchte eigentlich nicht so weiterleben, kannst du da nicht irgendwas machen? Und das ist eine Frage gewesen, die hat mich dann noch vier Jahre begleitet, so lange hat es nämlich gedauert, bis sie dann endlich, muss ich sagen, eines natürlichen Todes gestorben ist. Und sie war damals im Heim gewesen und ich habe für mich jetzt nicht irgendwie sehen können, wie ich sie da hätte unterstützen können. Und ich sage Ihnen das auch ganz öffnen, meine Damen und Herren, ich betrachte das heute noch durchaus als ein schwieriges Problem, mit dem ich zu kämpfen habe. Es ist nicht einfach, dieses Problem mit sich herumzutragen, sage ich immer. Deswegen kann ich gut verstehen, wie Ihnen das dann auch so über die Jahre hinweg gegangen ist. Denn es war ja bei Ihnen auch sicherlich so ein Prozess, wo Sie langsam in der Kommunikation mit Ihrer Mutter dahin gekommen sind, dass Ihre Mutter gesagt hat, eigentlich möchte ich gehen. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Meine Mutter hat das viel, viel früher begonnen. Also das heißt, schon als ich Kind war und mein Bruder, also als wir Kinder waren und wenn irgendwo im Umfeld jemand gestorben ist, wird er immer gestorben und auch manchmal selbstbestimmt ist ein Haustier gestorben, wenn auch sinnlos unter Umständen, aber selbstbestimmt. Wir haben immer darüber geredet. Wir sind Haustier gestorben, haben wir darüber geredet. Wenn ich als Kind ankam mit meinen naiven Fragen, was passierte nach dem Tod, dann kann sie ehrlich beantworten. Das kann dir niemand sagen. Ich weiß es nicht. Aber ich kann dir sagen, er hat keine Schnatzen mehr. In diesen Sachen. Und so hat sie uns erzogen und so haben wir einfach eine ganz andere Einstellung zum Tod bekommen. Also ich betrachte den Tod als den logischen Abschluss des Lebens. Gibt es keinen Tod, gibt es kein Leben. Also vielleicht sollte man auch versuchen zu schauen, ob man den Tod anders betrachtet. Vielleicht nicht immer als das schlimmste Ereignis, das unvermeidliche Ereignis. Manchmal kann es auch nur ein Freund sein, ein Erlöser, wie bei meiner Mutter zum Beispiel. Also es kommen sicherlich auch die Umstände darauf an, aber wir schließen den Tod in unserer Gesellschaft komplett aus. Wir schützen ihn weg. Wir ignorieren ihn und wir tun so, als gäbe es ihn nicht in der Hoffnung vielleicht, dass er dann auch nicht kommt. Es ist meines Wissens noch nicht passiert. Ich glaube, das ist ein ganz guter Einstieg. Als Sie dann damit konfrontiert worden sind, dass Sie quasi als möglicher Unterstützer beim Freitod Ihrer Mutter übrig bleiben. Wie war das für Sie? Vorher, es gab ja diese ärztliche Vereinbarung, wo eigentlich klar war, okay, das geht sozusagen seinen geordneten Gang und dann hat er sozusagen die Politik dazwischen gefunden. Also meine Mutter wollte mich immer raushalten. Also maximal, dass ich mit dabei bin, dass ich da bin, in der Nähe bin, aber nicht, dass ich da tätig werde, in irgendeiner Form. Das wollte sie mir nie zumuten, das war wirklich schwer für sie. Der Plan war, dass uns Dr. Arnold hilft und dass wir da einfach, dass ich vielleicht mit dabei bin, dass ich Händchen halten kann. Also die Kompetenz, die ein Angehöriger hat, Händchen halten, da sein und nicht mehr. Vor allen Dingen nicht, wenn man so wie ich keinerlei pharmakologisches Wissen hat, keinerlei medizinisches Wissen hat, keinerlei juristisches Wissen hat. Also man ist auf so vielen Ebenen allein und hilflos, das war nicht der Plan. Und als ich das dann erfahren habe oder als wir darüber gesprochen haben, ja, ich muss eine Entscheidung treffen, ziehe ich mich zurück. Also die Möglichkeit hatte ich, also sie hat gesagt, wenn du es nicht möchtest, dann du es nicht kannst, wenn du es nicht willst, dann ist das völlig in Ordnung für mich und dann bleibst du raus. Aber ich habe, wie eben schon im Film gesagt, also diese Überzeugung, dass man füreinander da ist. Also ob das die Ehefrau oder der Ehemann ist, also der Partner ist oder die Mutter oder ein Kind. Also wenn man familiäre Bande hat, das sind hohe Prinzipien in meiner Welt auf jeden Fall. dann ist man füreinander da und dann darf der Tod nicht ausgeschlossen sein. Meine Mutter war ja auch viele Jahre für mich da, die hat mich nach der Wende ganz viele Jahre finanziell über Wasser gehalten, nur mal so als Einbeispiel, wo sie mir immer wieder mal was zugesteckt hat, als ich versucht habe, in irgendeiner Form auf einen grünen Zweig zu kommen. Also es hätte mich mehr belastet, sie alleine zu lassen, als es mich belastet, sie mir geholfen zu haben. Vielen Dank. Herr Klee, Sie haben ja auch vielerlei Erfahrungen gesammelt im Kontext von Sterbebegleitung. Wie gestaltet sich für Sie das Verhältnis zu Angehörigen? Das ist ja auch nochmal eine andere Dimension, mit denen Sie als Mediziner da auch zu tun haben, wenn Sie einer Patientin Empfehlungen geben in Bezug auf ein mögliches Ende, stehen dir die Angehörigen sozusagen schon immer bei Fuß? Also das ist mir immer sehr wichtig gewesen, dass ich dann nicht nur mit den Sterbewilligen gesprochen habe, sondern auch mit den Angehörigen. also die Zeit, die ich da also auch anteilsmäßig dann auch eingebracht habe, das war also zumindest am Anfang so, dass ich mehr mit dem Sterbewilligen dann mich befasst habe, aber je länger also dieser Prozess sich entwickelt hat, umso mehr waren auch die Angehörigen für mich wichtige Gesprächspartner. Also zu thematisieren, welche Ängste sich ergeben oder dass also auch Befürchtungen da sind, dass also irgendwelche Körperreaktionen der Sterbenden dann also auch Verunsicherung brachten. Das war dann also Thema und ich habe mich also eigentlich auch in dieser Aufgabe immer verhältnismäßig wohlgefühlt. Ich bin immer angstfrei, also auch auf die Angehörigen zugegangen und als sozusagen eine Maxime dessen, was mir in diesem Zusammenhang wichtig war, dass auch Angehörige die Angst vor dem Sterben verlieren. Beides ist das Mikrofon ruhig noch in der Hand, weil ich habe gleich noch eine Frage. Dieser Paragraf 217 ist natürlich für, also ein Teil, würde man sagen, für den aufgeschlossenen Teil der Ärzteschaft auch eine ganz massive Bedrohung. Ja, also es ist im Grunde genommen so, dass ich jetzt nicht weiß, wenn ich so einen Vortrag halte und dann also auch Empfehlungen gebe, wie jemand dann also auch ohne Essen und Trinken aus dem Leben scheidet. Der Paragraf 217 ist derartig global und unscharf formuliert, dass dann also auch wenn irgendein, ich sag mal, ein besonders ehrgeiziger Staatsanwalt dann also auch Klage erhebt. Ich weiß nicht, was dann passieren kann. Und insofern, also ich bin ja sicherlich dann nur ein ganz kleines Rädchen, aber wenn ich mir vorstelle, wie Palliativmediziner und also auch die Ärzte, die Sterbebegleitung machen, dann also mit einmal in ihrem Handeln sich dann auch eingeengt fühlen, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist wirklich die einzige Lösung, dass dieser Paragraf 217 entweder völlig abgeschafft wird oder so modifiziert wird, dass also tatsächlich diese humane Seite des Arztdaseins dann wirklich auch sich frei entfallen kann. Vielen Dank. Sie haben sich ja lange mit Patientenverfügungen auseinandergesetzt und beschäftigt. Und ich sehe da schon irgendwie so eine merkwürdige Art von Spannungsverhältnis, das da auch einmal auftaucht. Auf der einen Seite haben wir in juristischer Hinsicht also dieses Konzept der Patientenverfügung ja durchaus über die Jahrzehnte hinweg etabliert und dann vor allen Dingen auch juristisch verfeinert. Ich weiß jetzt nicht, wie viele verschiedene Arten von Anbietern von Patientenverfügungen es gibt, aber ein Dutzend wird sicherlich locker sein. Auf der anderen Seite haben wir dann, wenn es um den eigentlichen Prozess geht, nämlich Tod und Sterben, also etwas, wo die Patientenverfügung vorgeschaltet ist quasi als ein auch entsprechend formaler Akt. Haben wir auf einmal diese merkwürdige Situation, dass es eigentlich gar keine Möglichkeit oder nur sehr wenige Möglichkeiten gibt, das haben Sie auch in dem Vortrag so ein bisschen aufgezeigt, den Patientenwillen überhaupt durchzusetzen? Also das wäre ein Missverständnis und es würde mir leid tun, wenn mein Vortrag so angekommen ist. Das Gegenteil ist ja der Fall. Ich möchte mal so anfangen, der Herr Hartmut Klien hat ja vorhin gefragt, wer hat Patientenverfügung? Ich würde immer die Frage nochmal anders stellen, wissen Sie denn, was da drin steht? Und die Antwort ist nein. Das kann ich Ihnen hundertprozentig sagen. Wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, was steht denn da zu künstlicher Ernährung? Wir bleiben mal nur bei diesem Thema, weil alles andere will nämlich auch noch künstliche Beatmung und was es sonst noch gibt, Antibiotika-Behandlung hinzunehmen, wird zu kompliziert. Also in welchen Situationen lehnen Sie denn zum Beispiel künstliche Ernährung ab? Was auch ein ganz großes Problem ist, künstliche Flüssigkeitszufuhr geht also meiner Übersicht nach und ich habe da wirklich sehr viele Patientenverfügung vor Augen so gut wie nie thematisiert, dass man das überhaupt, wenn das man es ablehnen kann, man kann es pauschal ablehnen und wenn dann in welchen Situationen. Wir haben als ich früher normalistischen Verband, also bis voriges Jahr noch gearbeitet habe, ich habe sehr oft den Fall erlebt, dass uns Angehörige angesprochen haben, es wird hier künstlich ernährt, es ist erstmal in Gang gesetzt worden und jetzt seit Jahren oder wie auch immer und in der Patientenverfügung stand doch keine künstliche Ernährung. Dann habe ich eigentlich jemals schwarz so getroffen, indem ich gesagt habe, haben Sie bitte mal geguckt, unter welchen Bedingungen denn das in Ihrer Verfügung steht. Dann war es nämlich meistens im Sterbeprozess oder in aller Wahrscheinlichkeit nach einer irreversiven Koma, und das musste dann noch von zwei Ärzten vorher festgestellt werden, dass ein irreversives Koma vorliegt, eine ganz uralte juristisch fiktive Absicherung, die Juristen erfunden haben, da finden Sie niemals zwei Ärzte, die diese, das ist eine Wirksamkeitsvoraussetzung erfüllen würden und es ist auch so, die Menschen haben dann immer gedacht, ja da hat ja keiner zugestimmt. Ich sage doch, Sie haben bestimmt als Angehöriger, da freue ich mich, da muss jemand eine Vollmacht gehabt haben und der Einleitung der Maßnahme in irgendeiner Weise eine Zustimmung erteilt haben, weil es mag jetzt Ärzte geben, die völlig rechtswidrig auf eine Operation durchführen, ohne Zustimmung, aber immer 99 Prozent ist da dann was fehlgelaufen. Also zur Patientenverfügung, meine Damen und Herren, spreche ich Ihnen schon, machen wir noch eine gesonderte Veranstaltung, weil das Thema ist so schwierig und so auch zum Teil undurchschaubar, dass es glaube ich sinnvoll ist, wenn Sie dann daran an diesem speziellen Thema auch Interesse haben, im Herbst nochmal wiederkommen, da machen wir dann eine Vergleichsveranstaltung, verschiedene Patientenverfügungen mal anschauen, wie die aussehen und dann werden wir natürlich auch über die entsprechenden Konsequenzen reden und darüber, was Sie bedenken müssen. Meine Damen und Herren, ich würde jetzt hier oben erstmal die Runde abschließen, weil ich glaube, Sie haben eine ganze Menge Fragen und würde dann einfach zu Ihnen kommen, ich fange mal auf dieser Seite an und marschiere dann da so runter. Aber wenn ich mir das jetzt nicht alles merken kann, ja, dann sehen Sie mir das bitte nach, ich bin auch schon älterer Herr, das Gedächtnis funktioniert nicht mehr so ganz so gut. Schauen wir mal Ihnen an. Mein Name ist Rosi Brüggemann, Sie haben immer wieder genannt, ergänzend zur Patientenverfügung und der Vorsorgevollmacht sei die Garantenvollmachtentbindung wesentlich. Mir liegt kein Vordruck dafür vor. Ich weiß auch nicht, was man hinsichtlich dieser Vollmachtentbindung alles zu bedenken hat. Können Sie das etwas ausführen, bitte? Ich denke mal, die Frage geht an mich und zwar, ich habe ja diese Formulierung jetzt gebracht im Zusammenhang damit, dass also ein Sterbefasten begonnen wurde. Es ist nie ganz sicher auszuschließen, dass dann also nicht nur ein innerer Kreis von Menschen eine Begleitung macht, sondern dass also von außen dann auch andere dazu stoßen, die dann also meinen, es muss irgendwas passieren, was dann also dem Wunsch des Sterbenden dann nicht entspricht. Und deswegen ist also diese rechtliche Absicherung Patientenverfügung, dann also auch eindeutige Vorgaben für den Gesundheitsbevollmächtigten und die Garantenpflichtentbindung sicher sehr sinnvoll. Aber das ist im Grunde genommen eigentlich für einen normalen Verlauf eines Sterbefastens und das ist in der Regel gar nicht notwendig. Also was mir immer sehr am Herzen liegt, ist in dem Augenblick, wenn ein Mensch also auf diese Art und Weise hofft, ein seliges Ende zu finden, dann denke ich, ist es also auch wichtig, dass alle Angehörigen, alle Pflegenden, die Ärzte und also die ganze Verwandtschaft, Nachbarschaft, dann also auch, soweit sie dann auch damit befasst sein können, davon so erfahren, dass sie das also auch akzeptieren. Und wenn da also alle sozusagen dann also auch diesen Weg begleiten wollen und begleiten können, dann ist das eine Situation, von der ich denke, dass das also auch für den Sterbenden und die Sterbende dann also auch einfacher wird. Also es geht hier nur um suizidales Geschenk. Das ist ein Missverständnis. Also das ist darauf zurückzuführen, dass auch im vorigen Jahrhundert es ein BGH-Urteil 1984 gegeben hat. Und seitdem geht der Suizid als Unfall. Also deshalb wird die Nichthilfpflicht im Suizidgeschehen gleich wie ein Unfall geschehen, und zwar Unterlassung, Unterlassene Hilfeleistung. Und bei Garanten, das sind Ärzte und Angehörige, kommt dann auch diese Garantenpflicht hinzu. Also es geht jetzt hier nur um suizidales Geschehen, nicht im allgemeinen Sinne. Danke. Danke. Nur als kleine Ergänzung der Text zu einer Garantenpflichtentbindung steht zum Beispiel am Ende im Anhang von Wolfgang Putz wichtigen und sehr guten Buch Patientenrechte am Ende des Lebens. Danke. Das muss man einfach wissen und deswegen habe ich das auch gesagt. Wieso? Ne, ich bin noch nicht ganz fertig. Ich würde eigentlich gerne eine Frage stellen, aber der Paragraf 217 verbietet, denke ich mal, Ihnen die Antwort auf diese Frage. Deswegen sage ich jetzt mal ganz einfach, was an Gedanken spielt. Jemand ist willensfähig, so wie ihre Mutter ja sehr, sehr offensichtlich bewusst und willensfähig ihren Weg gegangen ist, und braucht Medikamente oder wählt den Weg, den Herr Dr. Klein uns erklärt hat, den freiwilligen Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit. Der Witz ist, nicht jeder Mensch möchte oder kann sich vorstellen, diesen Weg zu gehen, auf Nahrung und Flüssigkeit zu verzichten. Vielleicht können Sie noch ein paar Worte, Herr Sander, dazu sagen, warum auch Ihre Mutter diese Möglichkeit nicht erwogen hat. Ich sage jetzt mal ganz einfach, was ich weiß. Man braucht circa drei verschreibungspflichtige Medikamente und man braucht entweder einen oder mehrere Ärzte, die diese Medikamente verschreiben. Wem sie diese Medikamente verschreiben, ist dann schon die zweite Frage. Und ob der, der das eine Medikament verschreibt, auch weiß, dass ein anderer Arzt vielleicht ein anderes Medikament verschrieben hat, ist auch die Frage. Die deutsche Situation ist, ein Arzt ist entweder sehr, sehr mutig und trifft auch entsprechende Vorkehrungen und verschreibt dann zum Beispiel an zwei verschiedene Leute wohlwissend, dass am Ende einer diese Medikamente erhalten wird, diese drei Medikamente. Denn leider ist die Schweizer Lösung, dass man nur ein Medikament braucht, hier unzulässig. Die dürfen Sie nur als Tierarzt verwenden, diese Lösung. Und die Tierärzte wiederum sind von humanmedizinischen Maßnahmen ausgeschlossen. Also müssen Sie einen Arzt des Vertrauens haben oder Sie müssen praktisch mit einer Legende, mit einer falschen Geschichte als Patient oder als Angehöriger zu zwei, drei verschiedenen Ärzten gehen, so lange, bis Sie die drei Substanzen haben. Ich wollte fragen, wie lange dauert so ein Sterbefasten aus Ihrer Erfahrung? Das hängt natürlich davon ab, in welchem Zustand ein Mensch sich dazu entscheidet, dann also aus dem Leben zu scheiden. Vorerkrankungen, die sehr konsumierend sind, beispielsweise ein Krebsleiden oder ein sehr hohes Lebensalter, sind sicherlich Faktoren, die dann also einen kürzeren Verlauf zur Folge haben. Also ich versuche immer, mich darum herumzudrücken, dass ich das in Tagen oder auch noch genauer angebe. Aber so als Richtlinie ist, dass also zwischen sechs und zwanzig Tagen ist in der Literatur zu lesen, dass da also sozusagen die Wahrscheinlichkeit dann auch doch sehr hoch ist. Ich habe eine Frage an Sie beide, auch an Herrn Sander. Wenn ich jetzt, nehme ich an, meine drei Kinder sind Bevollmächtigte und sie begleiten und unterstützen mich, also beim Sterbefasten, sie müssen mir ja auch den Mund feuchten und so weiter. Und wenn ich nicht mehr kann auch pflegen, was geschieht gesetzlich mit diesen meinen Kindern nach meinem Tod. Das habe ich nicht ganz verstanden, wie die Polizei auf sie reagiert hat, als sie das und was sie der Polizei erzählt haben. Und ich möchte es allgemein wissen, ob ich meine Kinder damit belaste, ob ich das nicht irgendwie ganz alleine machen muss. Das ist relativ schwierig. Also als es ernst wurde und wir darüber gesprochen haben, dass es nun soweit ist, war uns vollkommen klar, dass ich erst mal einen Anwalt brauchte. Da fing die erste Herausforderung an, nämlich einen Anwalt zu finden. Ich habe, ich weiß nicht, wie viele Anwälte ich telefoniert habe. Die, die ich hätte haben können, konnte ich mir nicht leisten. Die, die ich mir leisten konnte, haben alle also gehört haben, oh, es geht um Sterbehilfe. Das fasse ich nicht an. Wir haben wirklich fünf Minuten vor Panik, kann man sagen. Wirklich zwei Tage bevor wir das gemacht haben, habe ich einen tüchtigen Anwalt gefunden, der das Ganze aus strafrechtlicher Sicht betrachtet hat. Das interessiert mich nicht, ob das Sterbehilfe ist oder was Sie sonst machen. Ich betrachte das aus strafrechtlicher Sicht. Ich vertriebe sie, wenn es denn soweit ist. Aber ich durfte natürlich kein Mandat vorher abschließen. Das musste man alles hinterher machen. Aber ich wusste, der ist da, wenn ich ihn brauche. Das ist das eine. Dann können Sie in der ganzen Sache fünf Anwälte fragen und sie bekommen acht Meinungen. Ziemlich sicher. Für jemanden, der juristisch keine Ahnung hat, so wie ich, ist das einfach, also es macht einen nur noch hilfloser. Weil man wirklich nicht weiß, was mache ich richtig, was mache ich verkehrt. Also ihren Angehörigen, die das machen wollen, wobei ich denke, wenn sie Sterbefasten machen, ist das nicht das Problem. Aber wenn Sie einen Suizid begehen und wollen das offen machen, suchen Sie sich einen Anwalt, der das aus strafrechtlicher Sicht betrachtet. Und sparen Sie bitte nicht an Geld, wenn Sie es sich leisten können. Also das ist wichtig. Das ist das eine. Das andere ist die Polizei. Die kommt natürlich in so einem Fall erstmal und weiß nichts und da sitzt ein toter Mensch. Und dann müssen die anfangen und machen ihre Arbeit. Und das machen die auch ordentlich. Dann möchte ich Ihren Angehörigen raten, und das wird auch jemand guter Anwalt sagen, sagen Sie nichts. Sagen Sie gar nichts. Die Angehörigen dürfen sich auf keine Gespräche mit den Polizisten einlassen. Wenn irgendetwas gefragt wird, ich heiße, ich wohne und ansonsten mache ich von meinem Aussage Verweigerungsrecht Gebrauch. Was mir aufgefallen ist, dass die Polizei mit dieser Aussage fast gar nicht umgehen konnte. In dem Moment, wo ich das gesagt habe, wurden die wirklich, ich will nicht sagen grob, aber sehr hart mir drüben über. Ich durfte die Wohnung nicht mehr betreten, ich musste draußen stehen bleiben am Fleck, ich musste alle meine Taschen leer machen, mein Portemonnaie, alles wurde kontrolliert. Sie hatten wirklich Probleme. Also selbst der Notarzt, der kam rein, hat meine Mutter untersucht, kam wieder raus und hat mich angeschrien. Was war hier los? Die Frau ist auf keinen natürlichen Todes gestorben. Erzählen Sie mal. Also man übt Druck aus. Darauf muss man sich vorher einstellen. Und da kann ich immer nur wieder sagen, dieses gute Recht, die Aussage zu verweigern, Aussage verweigern, das muss man wirklich einhämmern, das muss man sich selbst einhämmern. Weil da werden viele Tricks versucht, die werden dann freundlich oder sie werden ein bisschen grob oder versuchen zu drücken. Und nach so einer Situation ist das größte Bedürfnis zu reden. Und ich bin froh, dass ich jetzt hier sitzen kann, weil ich seit anderthalb Jahren nicht reden durfte darüber. Wenn ich nicht reden durfte, weil ich die Dokumentation nicht gefährden wollte, oder nicht gefährden durfte, die Kraft der Dokumentation nicht gefährden durfte. Dann wurde mir gesagt, ich darf nicht drüber reden, um das Verfassungsgericht nicht zu beeinflussen. Wobei, wenn ich mir immer die Frage stelle, die sich von mir beeinflussen lassen, dann könnte man es auch abschaffen. Das waren immer solche Gedanken. Also, das ist ganz wichtig, dass man nicht sagt, dass man einen Anwalt hat, wenn man sowas macht, als Angehöriger. Das ist wirklich, und das kann ich nur raten. Denn ich habe noch eine andere Polizeigeschichte, aber die erzähle ich ein bisschen später. Das ist dann sowieso, dass das Bundesverfassungsgericht sich diesen Film bestellt hat. Ich weiß das aus zuverlässiger Quelle und sich offenbar auch angeguckt hat. Und zweitens, viele machen es ja nicht offen. Also, das lag ja auch in eurer Filmdokumentation. Ihr müsstet ja mit offenen Karten spielen. Also, die Suizidbegleitungen, die ich mehr oder weniger in meinem 30-jährigen Arbeitsleben und so, vielleicht ein halbes Dutzend, mitverfolgt haben, sind in der Regel nicht mit offenen Karten gespielt worden. Also, entweder wird dann der Hausarzt dort gerufen und stellt den natürlichen Tod fest, bei schwerstkranken Menschen in der Regel ja. Oder man lässt es offen. Es wird jemand gefunden und da ist eben dann keiner und dann kann die Kommunalpolizei gucken und suchen und dann ist da keiner. Du hast ja selber die Polizei angerufen und hast dich sozusagen zumindest so erkennen gegeben. Das muss man nicht. Also, es ist völlig richtig, es wurde gerade festgestellt, dass im Krankenhaus und im Altenheim, also in Sterbefasten, wirklich nicht toleriert wird. Die Gründe dafür sind meiner Meinung nach ganz überwiegend unkenntnisend. Also, bevor der Paragraf 217 in Kraft getreten ist, denke ich, war also ein Sterbefasten, auch ein begleitetes Sterbefasten durch Pflegende und Ärzte straffrei. Weil es ist in dem Augenblick, wenn jemand in einen Zustand gerät, in dem er auf irgendeine Art und Weise Hilfe braucht, ist der Paragraf der unterlassenen Hilfeleistung dann also auch gültig. Und dann jemanden einfach nur liegen zu lassen, ist einfach inhuman und geht gar nicht. Aber es ist jetzt so, dass sich diese Verhältnisse leider geändert haben. Und ich denke, es ist sicherlich also auch nochmal wichtig festzustellen, dass in südlicheren Regionen, sage ich ja mal, ein bisschen pauschalierend, also überall da, wo so ein Kreuz dann auch über allen Türen hängt, dann also die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas dann nicht toleriert wird, wahrscheinlicher als in anderen Gegenden. Das schließt aber nicht aus, dass beispielsweise also auch in konfessionellen Häusern dann eine sehr bewusste und also auch sehr patientenzugewandte Sterbebegleitung realisiert wird. Ja, ich hatte eigentlich zwei Fragen, Herr Sander, die haben Sie jetzt gerade super beantwortet. Und nochmal, mein herzlichen Glückwünsche, Ihrer tollen Mutter. Dankeschön. Wahnsinn. Ja, meine zweite ist an Frau Neumann. Eine Besucherin sagte vorhin, ob es nicht so ein zentrales Register oder sowas gibt und Sie sagten daraufhin Nein. Ich habe aber hier was in der Hand und zwar habe ich meine Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung über den Tag gemacht. Und ich habe hier dann von der zentralen Vorsorgeregister mein Ausweis bekommen, dass ich da mein Nein drauf habe. Das hat mich jetzt ein bisschen beunregt, Ihr Nein. Kann ja sein, dass wir uns da zu verstehen. Ich war selbst in den Nullerjahren beim Bundesjustizminister im Ministerium dieser AG und da haben wir uns mit dieser Frage beschäftigt. In Dänemark zum Beispiel gibt es ein zentrales Register und ich rede jetzt nur um für Patientenverfügung, ob wir das in Deutschland auch einführen sollten oder ob das eingeführt werden sollte. Und da hieß es, dass es schon so viele dezentrale Hinterlegungsstellen inzwischen gab. Und zum Thema Vorsorgeregister der Bundesnotarkkammer, da ist keine Patientenverfügung von Ihnen hinterlegt. Das wäre also ein völliges Messverständnis. Das ist eigentlich ursprünglich nur für Vorsorgevollmachten vorgesehen. Zugriff haben Amtsgerichte, es haben ja keine Krankenhäuser und auch keine Ärzte dort irgendwelchen Zugriff. In den ersten Jahren war es sogar so, dass das Thema Patientenverfügung auch auf den Vorblättern der Notarkammer gar nicht vorkam. Jetzt, Sie haben dort eine Vollmacht registrieren lassen. Auch die Vollmacht ist dort nicht im Original irgendwie zu finden. Weil Sie das so bei Ihren Kinder haben? Ja, ja, Ihre Kinder, natürlich, das macht Sinn. Ich sage Ihnen nur, warum, oder welchen Sinn das macht, sich bei der Bundesnotarkkammer registrieren zu lassen, welchen Sinn es vielleicht nicht macht. Es macht Sinn, wenn Sie in einem Krankenhaus sind und da ist weit und breit kein Angehöriger jetzt und es soll, weil eine Entscheidung ansteht, die Ärzte sagen, wir brauchen jetzt einen Vertreter und dann wird tatsächlich im Register der Notarkammer vom Amtsgericht, die Ärzte müssen sich aber erst ans Betreuungsgericht wenden und dieses muss dann sich dort sachkundig machen, gibt es eine Vollmacht. Das ist der Sinn, wenn man dort im Zentralregister der Notarkammer sich registrieren lässt. Aber allenfalls gibt es da so ein Kreuzchen, ob es auch eine Patientenverfügung gibt. Und es ist keinesfalls so, dass dort etwa der Inhalt oder überhaupt Ihre Vollmacht oder die Patientenverfügung jetzt dort abgerufen werden kann. Ich hätte für jeden mindestens drei Fragen und versuche das aber zu reduzieren. Aber als erstes wollte ich mal fragen, gibt es eine Möglichkeit, Dr. Turovsky, der ja ein wunderbares Urteil bis jetzt errungen hat, unter großen Kosten, kann man gar nicht sowas machen wie bei einem CD-Release, ein Crowdfunding oder so. Also es sind ja sehr viele Leute, die davon profitieren können und sicher bereit wären, da was in den Kopf zu geben. Und dann würde ich gerne was sagen zur Magensonde. Wenn Sie einen Verwandten in ein Heim bringen, sagen Sie an, dass keine Magensonde gelegt wird. So habe ich das gemacht, als ich meine Mutter ins Heim brachte. Die Schwester guckte mich mit großen Augen an und ich stand daneben, bis sie es wirklich auch in den Computer hineingetippt hat. Ja, das ist also wichtig, das anzusagen. Und zum Fasten würde ich hier den Leuten vorschlagen, die das eine grausame Methode finden könnten. Machen Sie doch mal, solange es Ihnen so nett geht wie jetzt, eine Fastenwoche in ärztlicher Begleitung, wenn Sie noch nie gefastet haben. Einfach um zu erleben, dass Sie nicht am brüllenden Hunger leiden. Man hat praktisch keinen Hunger mehr. Und das könnte man ja mal in Erfahrung bringen. Und zum Schluss würde ich sagen, meine Mutter hat sich gewünscht, als ich irgendwann dann den Mut fasste, mal über dieses Thema zu sprechen, dass ich bei ihr dabei bin und dass ich ihre Hand halte. Weil, da kann vielleicht auch der Arzt noch was sagen, der Taszen wohl als bis zuletzt bleibt. Und es hat sich so arrangiert, dass ich da war, als sie zum Sterben kam und es praktisch so auch ablaufen konnte. Und wie grausam ist es, wenn man dann gezwungen ist, diesen Angehörigen zu verlassen. Gerade in der Stunde, wo die Nähe besonders wichtig wäre, ist denn da Hoffnung. Wobei ich nicht unerwähnt lassen will, dass ich glaube, dass mancher Sterbende allein sein möchte. Und auch das ist zu respektieren. Eine Erkennung dazu, was kann man machen, damit eine Patientenverfügung, eine Patientenvollmacht greifbar ist. Es gibt, ich bin da, einer deutschen Gesellschaft für humane Sterben. Die besitzen Berlin. Da kann man solche Sachen hinterlegen. Die unterstützen einen auch in dem Durchsetzen der Patientenverfügung. Die machen reine Aufkleber. Diesen Aufkleber habe ich im Pass drin, den habe ich im Ausweis drin, den habe ich in allen meinen Unterlagen. Da steht im Notfall, bitte wenden an, deutsche Gesellschaft für humane Sterben, Telefonnummer und dasselbe nochmal auf Englisch. Das halte ich als sehr wichtig, das ist also bundesweit. Und da kann dann jeder, das Arzt, nachdem er da angerufen hat, jeder kann einzig nehmen in die Patientenverfügung, die Patientenvollmacht, dass alle Unterlagen sind da, voran und werden dann zur Verfügung gestellt. Also ich sagte ja vorhin, es gibt inzwischen ja einige solcher zentralen Hinterlegungsstellen. Die erste ist die vom Humanistischen Verband Deutschlands gewesen und die muss man hier oder sollte man natürlich auch noch mit erwähnen. Es gibt glaube ich auch noch zig andere, inzwischen ja viele kommerzielle Anbieter, irgendwelchen Anwaltszusammenschlüssen oder dergleichen. Aber ich glaube, dass das einen Sinn macht, weil, wie Sie auch sagen, dass ja dann diese Durchsetzung auch mit da verbunden ist, ob es jetzt ein Ausweis oder ein Notfallpass, wie es beim Humanistischen Verband heißt, also dass man auch gewährleistet hat, dass dann sozusagen im Sinne der Patienten, ausschließlich der Patienten, auch eine Vertretung damit verbunden ist. Also zu dem Dr. Turowski kann ich sagen, dass da also auch das Code-Funding, das ist eine Möglichkeit, die aber jetzt inzwischen wohl als Möglichkeit fallen gelassen wurde. Ich kann aber versichern, dass also inzwischen aber doch Gelder fließen und also sozusagen diese sehr belastende Situation auf dem Wege des Sich-Auflösens ist. Draußen sind also auch noch mal Unterlagen, wo Sie dann also auch eine Kontonummer finden. Ich denke mal, es wird sicherlich, wenn weitere Auseinandersetzungen sich ergeben, wird es sinnvoll sein, dass also ein Konto eingerichtet wird, das also für die gerichtlichen Auseinandersetzungen, wo Ärzte oder Pflegende angeklagt werden, dann also auch Unterstützung haben und keine Angst haben müssen, finanziell in gravierendste Defizite zu geraten. Also es ist im Hinterkopf also der Gedanke, da so ein Konto auch bestehen zu lassen. Von einmal, aber noch mal zu dem Sterbefasten. Wir hatten dann alle auch sehr richtig gesagt, wer fastet, hat irgendwann nach 24 bis maximal 48 Stunden kein Hungergefühl mehr. Ich habe das vorhin versucht, noch mal ein bisschen deutlicher zu machen. Ein Problem ist also die Mundtrockenheit. Also die lässt sich also mit einer entsprechenden Mundpflege wirklich also auch gut so zu gestalten, dass also ein Mensch da nicht leiden muss. Was ich vorhin versäumt habe, was dann aber auch immer wieder kommt, in dem Augenblick, wenn eine Patientenverfügung besagt, keine Ernährung mehr, dann wird immer von denen, die also auch ethisch da also auch anders denken, wird immer angebracht. Man kann einen Menschen noch nicht verhungern lassen. Und das ist grundfalsch. Also einmal ist es so, im Hungerzustand gibt sich also eine hormonelle Umstellung. Jeder, der mal gefastet hat, erlebt, dass er dann mehr oder weniger kurzfristig schon so in einem Zustand, so ein bisschen latschig, also aber ganz angenehm sich fühlt und auf die Art und Weise irgendwann also auch die Zeit, die er dadurch, dass er also kein Essen präparieren muss und auch die Zeit des Essens fällt weg, der hat mit einmal mehr Zeit und kann also auch meditativ, kontemplativ also auch diese Zeit wirklich nutzen. Und also auch einem Menschen, der also auch im Sterbeprozess ist, denke ich, ist da also auch die Möglichkeit von der Natur geschaffen, dass er diese Phase dann also auch aus unterschiedlichsten Stoffwechsel- und Hormoneinstellungen heraus wirklich potenziell angenehm sich fühlen kann. Es werden Opioid-Systeme aktiviert, die Stoffwechselprodukte, die von der Niere nicht mehr ausgeschieden werden können wegen der fehlenden Flüssigkeitszufuhr, diese Ketone, die machen also auch so eine Müdigkeit, die also als sehr angenehm empfunden werden. Und unter Ärzten galt eigentlich immer der Tod von Nierenerkrankten als derjenige, der von den Betroffenen als am wenigsten belastend empfunden worden ist. Frau Neumann, in Ihrer Folie haben Sie vorhin bestand, dass ein Arzt, der einen Patienten, der freiwillig auf Nahrung und Flüssigkeit verzichtet, begleitet, auch durch den Paragraf 217 bedroht ist, sage ich jetzt mal. Können Sie das nochmal vielleicht präzisieren, wodurch? Denn dieser Patient oder diese Patientin ist ja bei klarem Verstand, ist bei Bewusstsein, sagt, ich möchte nicht mehr essen, nicht mehr trinken. Was wird von dem Arzt verlangt, beziehungsweise was ist in der Situation verboten? Denn, wie gesagt, da ist eine ganz freie Verantwortlichkeit. Ich danke Ihnen sehr für die Möglichkeit, das nochmal klarzustellen, weil es ist so, dass der Paragraf 217 ein Vorfelddelikt darstellt, der lautet nämlich Förderung, Förderung von Möglichkeiten zur Suizidiv- oder organisierte Förderung. Und wir sind also selbst bei der Suizidbegleitung gar nicht im strafbaren Bereich, sondern, das haben ja diese beiden Bundestagsabgeordneten, da haben wir versucht zu erklären, Brand und Krise, diese beiden Initiatoren, die wollen im Vorfeld sozusagen den Sumpf austrocknen, vor allen Dingen, dass Sterbehilfeorganisationen da aktiv waren und treffen aber gleichermaßen auch die Ärzte und wollen auch entsprechende Ärzte. Es gibt ja einige Ärzte, ein anderer sitzt hier auch noch im Publikum, der Dr. Armald da vorne, der wäre also auch ganz stark im Visier. Und deshalb ist dieser Paragraf ein Vorfelddelikt, und das trifft jetzt kommens, nicht die palliative Begleitung des Sterbefastens in der Regel, sondern, das ist aber nicht viel weniger schlimm, betrifft, wenn Sie jetzt mit einem Arzt, und das ist ja sinnvoll, im Vorfeld darüber sich austauschen und der Arzt Sie berät. Zum Beispiel, wir haben ja massiv das Problem, dass Herr Klein bei uns im urbanistischen Verband, während er eigentlich lange Zeit tätig gewesen, eigentlich keine Vorfeldberatung mehr machen darf, weil da kommt dann das Damoktest her. Ob Ihnen irgendjemand jemand diesbezüglich anzeigt, das steht auf dem anderen Nörd. Aber da wir jetzt in wenigen Monaten Abstand zwei Fälle hatten, also Herr Turowski, Dr. Turowski hier in Berlin und der Dr. Spittler im Dezember vor dem Jahres in Hamburg, die tatsächlich sich dort Tötungsdelikten, Tötung durch Unterlassen sogar verantworten mussten, das hätte ich früher auch nicht für möglich gehalten, also bis vor kurzem nicht für möglich gehalten, muss man also fast mit allem rechnen. Es geht tatsächlich darum, also ich war jetzt unnächst bei der AIDS-Hilfe, vielleicht um mal ein praktisches Beispiel zu nennen, da war ich Supervisorin in einem Kreis von sechs Beraterinnen und die hatten dann auch das Problem, dass die AIDS, ihre Klienten werden immer älter und die Frage nach Suizid kommt immer häufiger in Beratungsgesprächen vor. Was die natürlich auf gar keinen Fall tatsächlich dürfen, ist zum Beispiel die Möglichkeit des Sterbefastens, ohne dass da nachgefragt wird, dort anzubieten. Also da sind sie dann wirklich im Bereich dieser Förderung. Es trifft nicht die palliative Versorgung. Also im Prozess selber kann ich die Begleitung des Arztes in Anspruch nehmen. Nur sinnvollerweise wird man sich ja vorher, wenn man sowas vorhat, absichern und absprechen. Und da besteht dann das Problem. Ja, Arnold, nun auch zu Wort. Ich will noch was zu Frau Sander sagen, die ich ja nun wirklich lange gekannt habe. Und Herr Klee sagt ja schon, die ideale Situation ist, wenn man mit seinem Patienten einen langen Vorlauf hat. Ich hatte den längsten über zehn Jahre. Wenn sich viele hier fragen, kam es denn zu diesem Film? Ja, da muss ich sagen, was er nicht gesagt hat, seine Mutter auch nicht kennen soll. Die Leute mit dem Tod noch was mit Rippen, die hatte richtig Spaß da. Und Herr sitzt hier heute leidhaftig bei uns und setzt da ihre Arbeit vor. Und da muss man auch sagen, Frau Sander hat noch was anderes gemacht und das hat sie leider nicht mehr erlebt, den Erfolg ihrer Arbeit. Sie hat nämlich wehend für die Freigabe von Cannabis, für Schmerztherapie gekämpft. Und hat also auch einen kleinen Doktor. Das war eine ganz fantastische Frau. Wenn jetzt keiner spricht, nutze ich die Chance. Ich möchte mich noch mal auf den Herrn eingehen, mit dem Traum beachtet, weil sie mich gefragt haben, warum hat sie sich gegen das Sterbefassen zum Beispiel entschieden. Ich glaube gar nicht, dass sie sich dagegen entschieden hat. Ich glaube, das kam aus anderen Gründen nicht in Frage für sie. Ich weiß, sie hat sich damit beschäftigt. Sie hat das auf jeden Fall gelesen. Sie hat alles zu den Themen gelesen, dem Thema gelesen, was der und sie habhaft werden konnte. Ich denke, das hat einerseits damit zu tun, ich mutmaße jetzt, weil ich es nicht weiß, aber es hat damit wahrscheinlich zu tun gehabt, dass sie einerseits ein Sterbefassen, vielleicht ihre Selbstbestimmung so langsam, aber sicher verloren hätte. Das war ihr also das Allerwichtigste und dass auch kein Fachmann oder jemand, der sich damit auskannte, in der Nähe war, der hätte helfen können und sie hatte auch einen anderen Plan im Kopf, nämlich eigentlich, so war es fast zehn Jahre lang, dass Dr. Arnold hätte helfen sollen. Also das ist vielleicht die Erklärung dafür. Dann hatten Sie noch was anderes? Was war das? Ich hatte gefragt, Ach so, genau, die Allerwichtigste Frage, die mir am meisten gestellt wird, am häufigsten gestellt wird, ist, woher hattet ihr das Zeug, wie seid ihr da rangekommen und jetzt muss ich sie alle enttäuschen, ich weiß es nicht. Weil meine Mutter gesagt hat, so, wenn du das machen musst, Olaf, wenn du jetzt derjenige bist, der hier gezwungen wird, dann ist es das Allerbeste, wenn du es nicht weißt. Ich hatte 2015, als der Paragraf quasi in Kraft gedreht ist, Satz 117, da hatte ich sie gefragt, so, was machst du jetzt? Und da hat sie einfach nur, so wie sie immer war, gesagt, Olaf, keine Sorgen, ich habe vorgesorgt. Und damit war das Thema quasi vom Tisch und am Tag, dann wusste, dann hat sie gesagt, hier ist das jetzt und das brauchen wir nachher, das ist das, das sind die Zutaten, die ich so krimmlich in dem Film gesagt habe, naja, so ist es manchmal. Ich habe noch eine Frage zu dem Fasten, ich habe das Problem, wenn ich mich mit dem Essen zurücknehme, dass ich denn Atemnot kriege, gibt es da auch einen Tipp, wie man das verhindern kann? Er weiß, dass man nicht mehr weiterleben will, das ist ja äußerst unangenehmes Gefühl. Also das habe ich eigentlich nicht erlebt, dass dann also jemand, der Hunger, Atemnot hat. Ja, ich bin das praktische Beispiel dafür, Komfort offenbar. Also das Hungern ist im Grunde genommen also von den physiologischen Abläufen, hat also mit der Atemtätigkeit nicht direkt viel zu tun. Also die ausscheidungspflichtige Substanz über die Lunge ist ja die Kohlensäure. Und in dem Augenblick, wenn also ein Mensch nicht mehr isst, also auch verhältnismäßig geringeren Umsatz hat, denke ich, ist dann also eigentlich die Lungentätigkeit quasi entlastet. Aber wenn Ihre Erfahrungen da anders sind, dann habe ich da Unrecht. Ich weiß aber, das jetzt nicht zu erklären. Also ich habe nicht erlebt, dass Patienten dann also im Fasten dann also auch mehr an Luftnot gehabt haben. Es gibt aber Krankheitszustände, bei denen eine Luftnot natürlich dann also auch behandlungspflichtig wird. Und das Zaubermittel, also dieser Schlafmohnen, also die Opiate, die egal in welcher Form angewandt, Hauptsache in ausreichender Dosierung, sind da wirklich auch das Mittel der Wahl. Es wird dann häufig gesagt, dass dann also, wenn man Opiate gibt, dann ist alles zu Ende. Die Erfahrung ist aber, dass in dem Augenblick, wenn ein Mensch mit Atemnot, also diese Atemnot gelindert wird, hat er eine gute Chance, auch länger bei guter oder zumindest gebesserter Lebensqualität dann also auch auf dieser Erde zu sein. Danke. Ich habe eine zusätzliche Frage. Ich habe eine Patientenverfügung, ich möchte keine lebensverlängernden Maßnahmen, also ich habe eine Patientenverfügung, keine lebensverlängernden Maßnahmen. Im Fall der Fälle, ich hatte ursprünglich einen Organspenderausweis. Und als wir meine Patientenverfügung aufgesetzt haben, hieß es dann, das widerspricht sich eigentlich. Und dann habe ich den Organspenderausweis zerrissen. Ist das richtig? Nein, das ist falsch. Man kann ganz klar sagen, dass in dem Augenblick, wenn also ein Organspenderausweis vorliegt, gibt es natürlich bestimmte Regeln, die also über die Überlebenswahrscheinlichkeit der Organe dann also auch sozusagen die Oberhoheit haben. Aber in dem Augenblick, wenn beispielsweise jemand zu Tode kommt und dann also auch keine lebensrettenden Maßnahmen mehr erhoben werden sollen, aber ein Organspendeausweis vorliegt, gibt es diesen Kompromiss, dass man so lange, wie also Organe erhalten werden müssen, man dann also sehr wohl Intensivmaßnahmen ergreifen kann. Aber in dem Augenblick, wenn sozusagen dann also diese Aufgabe des Körpers dann also erfüllt ist, dann wird das intensivmedizinische Arnhemann beendet. Ich relativiere es ein bisschen. Im Prinzip ist es ein Widerspruch. Es ist ein Widerspruch. Ich kann, wenn ich jetzt die Vorstellung habe, von meinem Hospiz oder Sterbebegleitung zu bekommen, kann ich nicht Organspender sein, weil es ist ja nur auf der Intensivstation unter Aufrechterhaltung von künstlichen Maßnahmen möglich. Also die Bundesärztekammer, ich glaube 2013 war es, hat zu diesem Dilemma Formulierung vorgeschlagen, des Inhalts, dass man also im Falle, dass man als Organspenderin überhaupt in Frage kommt, für den Fall dann für einen ganz kurzen Zeitraum, sagen wir mal zwei bis drei Tage, dann doch entgegen der Ablehnung von Intensivmaßnahmen sich dann mit Einverstand erklärt. Möchten Sie denn gerne Organspenderin sein? Nein, ich wollte das ursprünglich sein, aber dann erschien es mir eben tatsächlich unlogisch, weil dann hat man die Sache mit dem Hirntod und dann wird weiter beatmet, damit man an die Organe ran kann. Besser, man weiß gar nicht so viel, was bei der Organspende überhaupt so passiert ist, aber auf der anderen Seite ist es natürlich eine ethische, da denke ich, hast du auch dafür gesprochen, dem möchte ich mich auch nicht verweilen. Also man kann sich immer fragen, nicht möchte ich vielleicht auch mal Organe haben, wenn ich mich brauche, sondern vielleicht meine Enkelin, sowas sollte man sich vielleicht fragen, um dann eine ethische Entscheidung zu treffen. Also ich sage mir, ich bin dann sowieso hirntod und ob dann auch was weiter mit mir gemacht wird, ist dann vielleicht nichts. Haben Sie denn überhaupt jeglichen Beatmungsmaschinerien oder auch der Reanimation eine Absage erteilt? Ganz radikal oder? Dann geht es natürlich eigentlich nicht. Ah gut, da muss ich mal reingucken. Im Ernst. Ich nutze mal meine Lehrerinnen-Stimme und möchte nur darauf aufmerksam machen, dass in der Tageszeitung die Taz ein sehr schöner Bericht war, wie jemand eine Angehörige beim Sterbefasten begleitet hat. Sehr lesenswert und die Taz kann man sicher noch erwerben. Ja, vielleicht schon im vorigen Jahr, egal. Das Thema wissen wir ja. Ja, nochmal kurz. Ich gehe davon aus, dass beim Sterbefasten Krankheitszustände in der Regel vorliegen, die gekoppelt sind mit chronischen, fortschreitenden Zustandsfiltern, irreversiblen, zum Teil zum Tode führenden Tumorerkrankungen, und ähnlichen. Oder kann man jetzt mal ganz zugespitzt sagen, auch wenn jemand zu mir kommt, oder zu Ihnen kommt, dass man mit diesem Anliegen des Sterbefastens, ohne jetzt das im Einzelnen genauer noch im Detail alles abgeprüft zu haben, dass der auch ein gewisses Anrecht darauf hat. Ich sage es jetzt deswegen so zugespitzt. Wir können mal konstruieren, es ist jemand, der hat vielleicht eine chronische Altersdepression, die behandlungsfähig oder behandelbar wäre, und die so vielleicht aufs Erste nicht erkannt ist, und keine sonstige somatische, körperliche weitere Grundlage, wäre man da geneigt, das doch etwas dann auch zurückhaltender zu betrachten. Es ist für mich selbstverständlich, dass ich mit den Betroffenen dann also auch mich auseinandersetze. Wenn ich merke, dass da also eine depressive Erkrankung im Hintergrund ist, ist selbstverständlich die nächste Frage, wer hat sie behandelt, womit sind sie behandelt worden, waren sie in stationärer Behandlung damit. Und für mich ist es ein ganz klares Ausflusskriterium, wenn jemand also depressive Züge hat. Ich denke schon, dass dann also auch ein Behandlungsversuch wirklich indiziert ist. Und man muss dann also einem Patienten sagen, der dann also meint, ach, das hilft ja sowieso nicht, und diese Medikamente sind alle schrecklich, den wird man dann bewegen müssen, dass er zumindest einen Versuch macht. Also es gibt sicherlich also auch noch eine ganze Menge mehr an Gründen, dass man also ein Sterbebegleiten nicht beginnen lässt. Jeglicher Druck von außen. Ja, also es gibt ja Zustände, dass also der Enkel will jetzt endlich in die Wohnung, oder der Sohn will also dann auch das Erbe antreten. Da muss man dann entsprechend wirklich also auch genau fragen. Und also alle äußere Möglichkeiten von Druck ausschließen. Also ist damit Ihre Frage so weit beantwortet? Es ist vorhin angesprochen worden, wenn man im Heim ist, dass mit der Heimleitung, mit den Pflegekräften intensiv darüber gesprochen wird, was man im Sinne des Patienten, was der nicht möchte, wenn er sich selbst nicht äußern kann. Ich möchte es noch nachtrücklich unterstützen und noch ergänzen. Dieses Gespräch, auch, dass man mit über die Patientenverfügung, mit der Heimleitung spricht, mit den Pflegekräften spricht, gilt auch für den behandelnden Arzt. Im Heim gibt es meistens so einen sogenannten Hausarzt. Mit dem muss man genau das auch besprechen. Und dann, ganz wichtig, es passiert ja häufig, viele sind also im Heim und dann aus irgendeinem Grund plötzliche Einweisung ins Krankenhaus. Das Krankenhaus kümmert sich normalerweise direkt um irgendwelche Patientenwünsche, Patientenverfügung. Die machen alles, was medizinisch möglich ist. Und dann wird man vorverlängene Tatsachen gestellt. Wir haben also mit dem Heim ausgemacht, wann immer eine Einweisung der Schwester meiner Frau ins Krankenhaus ist, erst uns anrufen. Wir fahren sofort hin zum Krankenhaus, sind gleichzeitig mit der Patientin dann dort und geben die Patientenverfügung hin und sagen, hier, beachtet das. Denn hinterher etwas wieder rückgängig zu machen, ist sehr, sehr schwer. Also das ist also wichtig, weil ja so viele am Lebensende nachher immer heim sind. Dass man mit der Heimleitung, mit den Pflegekräften, mit dem dort behandelnden Arzt und vor allem auch im Krankenhaus, wenn es dazu kommen sollte. Und zwar sofort Verbindung aufnimmt und sagt, was in der Patientenverfügung drinsteht. Ich habe noch drei ganz kleine Geschichten. Das erste ist die versprochene Polizeigeschichte, die würde ich gerne Ihnen sagen. Also ich bin dann, nachdem das passiert war, nachdem die Polizei da war, musste ich mit aufs Revier zu den erkennungsdienstlichen Maßnahmen, was dann so alles gemacht wird, was auch richtig ist. Und da war der Beamte, sitzt am Computer und muss in dem Computer einen Paragrafen eingeben, nämlich gegen was ich verstoßen habe oder was da vorgeworfen wird. Aber er sitzt dann da und druckste und sagt, na ich trage jetzt hier mal den Paragraf 216 ein, weil der 217 steht nicht im System. Ein Jahr, nachdem der Paragraf in Kraft getreten war, war der nicht eingepflegt. Aber ich kann Ihnen sagen, als Angehöriger, wenn Sie in dieser Situation sitzen und er sagt dann 216 und Sie denken, okay, sechs Monate bis fünf Jahre strafbewehrt, ich kann Ihnen sagen, das geht Ihnen ganz schön durch die Knochen, wenn Sie sowas erleben. Das war die erste Geschichte. Nur damit man mal weiß, im Hochtechnologieland Deutschland, was da so möglich ist und was einem so widerfahren kann, womit man überhaupt nicht rechnet. Und sowas kann einen aus der Bahn schließen. Also das können Sie mir glauben. Das zweite ist, auf dem Totenschein meiner Mutter steht drauf, schwere depressive Episode. Und mich ärgert das maßlos, weil meine Mutter hatte wahrscheinlich alle möglichen Zipperlein, aber depressiv war sie nicht. Definitiv nicht. Und ich möchte, dass ich weiß nicht, wie viele Ärzte jetzt im Saal sitzen, aber wenn man in so eine Auffindesituation kommt und da dudelt Josef Strauß an der schönen blauen Dunau und der Wiener Walzer und es sieht wirklich alles danach aus, die schönste Bluse, dann muss man vielleicht auch mal gucken und sagen, okay, das war keine depressive Episode, das war freier Wille. Das ist das, das möchte ich gerne mitgeben. Und das dritte ist, wenn Sie sterbewillig sind, reden Sie mit Ihren Angehörigen immer wieder und vor allen Dingen schauen Sie mit den Augen Ihrer Angehörigen. Wenn Sie Angehöriger sind, reden Sie mit den Sterbewilligen immer wieder und schauen Sie mit den Augen des Sterbewilligen. Dann haben Sie eine gute Chance, dass Sie vielleicht sich gegenseitig helfen und stützen können. Dankeschön. Applaus Lieber Olaf Sander, vielen Dank. Lieber Hartmut Fähn, vielen Dank. Lieber Gitter Neumann, ebenso vielen Dank. Meine Damen und Herren, ich gebe Ihnen jetzt auch noch was auf den Weg. Das stand aus dem Grunde von dem Maler Spitzweg, den Sie wahrscheinlich alle kennen. Der hat sich auch mit dem Tod beschäftigt und der hat dieses schöne Diktum geprägt. Oft denke ich an den Tod, den Herzen und wie am Ende ich es ausmache. Ganz sanft in Schlafe möchte ich sterben und tot sein, wenn ich aufwache. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.